Leute, es ist an der Zeit, dass wir die Positionen wechseln. Wie ihr sehen könnt, ist vor mir eine Super-SWAT-Einheit und äh... Leute, ich bin auch eine... Ich bin die Super-SWAT-Einheit. Brustig, heute sind wir eingeteilt in dem SWAT-Team und wir müssen zu einer Universität fahren und dort was klären. Dort gibt es wohl eine aktive Schießerei und wir müssen das Ganze stoppen, Brustig. Bist du bereit, von den besten Einbruchleuten zum besten SWAT zu schaffen? Ich weiß es nicht, Mann. Ich muss jetzt hier ein bisschen die Papiere erstmal durchlesen. Leute, wir lesen uns eine Mission ein bisschen durch. Ehe lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Herzlich willkommen zum allerersten Ready-or-Not-Video, Leute. Wir sind eine SWAT-Einheit und ich bin mal gespannt, wie gut wir uns anstellen. Hier müssen wir sehr realistisch vorgehen und wir müssen versuchen, Leute zu retten, ja. Also natürlich im Optimalfall werden wir jeden festnehmen und alles ist gut. Aber Leute, wenn die sich nicht einsehen, dann müssen wir das stoppen, Leute. Wir müssen jetzt ihr Leben retten. Let's go. Okay, Leute, wir sind am Start. Brustig ist eine aktive Schießerei hier gemeldet. Okay, das heißt, wir müssen nach vorne erstmal. Wer bitte jederzeit irgendwo am Start, weil wir können von allen Seiten angegriffen werden, Bro. Ich weiß nicht, wie viele... Oh Gott, ja. Äh, Rosek? Ja? Also sind Leute in Gefahr. Achso, okay. Okay, pass auf, Bro. Also ich hab jetzt hier schon... Was hast du fahren gelassen? Äh, weiß selber nicht. Ach, du Heilige. Was ist hier passiert, Mann? Ich weiß selber, Bro. Warte, ich hab da jemanden laufen sehen. Da. Da ist ein verletzte Officer von uns. Okay, sollen wir erstmal unten alles sicher machen und dann oben rustig oder wollen wir... Okay, Leute, was wir auch haben, sind so Kameras, da können wir die unter der Tür halten. Gebt mal bitte Deckung, Rosek. Hier sehen wir. Okay, hier sieht aus wie jemand, der normal ist. Der hat keine Waffe, Bro. Links ist hier ein normaler Zivilist. Okay. Warte mal. Ist hier jemand? Nee, hier ist keiner, Freunde. Okay. Rosek, nimmst du den gefangen? Hier. Okay, 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 Leute. Wollte ich ihn fesseln? Ja, ja, wir müssen ihn fesseln, wir müssen ihn fesseln, Bro. Wir müssen nur mal sicher gehen. Hier ist ein Vorlesungsraum. Rosek sieht relativ ruhig aus, aber hier wurde richtig reingeschossen, Alter. Ach, du heilige. Okay. Okay, ich will die Tür öffnen. Ah! Ah! Hier ist jemand, hier ist jemand! Okay. Okay, okay, okay. Nimm den gefangen, Rosek. Ja, ja, Leute, er sagte, er wollte jemandem helfen. Hörst du dich schreien? Welche Leute hier schreien, Bro? Welche Leute hier schreien? Warte, ich guck mal ganz kurz hier erst mal. Okay, warte mal. Wir gucken an die andere Seite. Hä? Er hat jemand geschossen. Wir müssen rein! Bro, ist der hier? Nee, hier ist alles sicher. Oh. Ich höre irgendwelche Leute schreien. Komm mit, Rosek. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Was geht hier ab, Machen? Bro, hier ist irgendwas komplett am Schiefgehen. Leute, wir müssen uns beeilen. Wo bist du langlaufen? Warte, warte, warte. Ich glaube, hier. Oh Gott, hier ist jemand, Suspekt. Ab, 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 ab. Oh mein Gott, ich habe es noch geschafft, die nicht zu treffen. Oh, mein Arm wurde getroffen, Rosek. Beruhig dich, Kleines. Beruhig dich, Kleines. Alles gut, nicht wein, die Dame. Was geht hier? Oh, den Typ habe ich gerade erwischt. Ja. Wieso hält die denn? Brody. So. Wir machen hier ganz kurz die Dinger rum. LSPD, machen sich keine Sorge, die Dame. Hey, es geht weiter! Nein, Bro! Oh Gott, lustig, ich brauche Hilfe! Ich komme, ich komme. Oh! Hab ihn. Bro, ich habe den ersten Mal einen Schuss in den Arm gemacht, dass ich ergeben soll. Auf mal zieht die Waffe und greift mich wieder an. Ey. Oh, er lebt noch! Okay, ich lade kurz nach, ich lade kurz nach, Bro. Okay, 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 okay. Nee, wir müssen eigentlich da hinten weiter, Russik, ne? Aber egal, lass uns mal, lass uns mal hier gucken. Ich schaue hier die Lage gerade ab. Hier sind Blutspülze auf. Ja, 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 aber ich weiß nicht, in welche Richtung die geführt sind. Hier. Hä? Da habe ich ja wieder Schüsse. Nee, ich glaube, von da hinten, wo wir gekommen sind, Russik, von da, wo wir gekommen sind. Ich glaube, da sind mehr. Was hier? Hier waren wir. Hier waren wir schon, Bro. Hier waren wir schon. Ja, aber nicht, dass der hier durchgelaufen solliert. Nee, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, bin ich ehrlich. Okay, Leute. Wir müssen wieder zurück, da wohl Zivilisten sind. Die Damen, machen Sie sich keine Sorgen. Das SWAT-Team von Russik in Amir ist da. Wir werden hier jeden retten. Warte mal hier, die Waffe müssen wir noch ganz kurz erreden. Guck mal, was für ausgebildete Waffen die haben. Ah, die hast du schon festgenommen, ne? Ja, okay, 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 okay. Ja, wir gehen runter, wir gehen runter, wir gehen runter. Okay, Leute. Ah. Was machst du da, die Dame? Komm mit, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Kommen Sie mit. So, bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Ey, man kann die sogar tragen, Russik, ne? Oh nein, die Arme. So, du kommst auch mal mit. Was machst du da, Bro? Komm mal mit. Russik, bist du bei mir? Ich bin hinter dir, ja. Ja, okay, 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 okay. Trichst du dir alle in deine Ecke durch? Ja, ja, ich lasse die mal alle hier zusammen am besten. So, ihr werdet hier schreitlos, wenn irgendwas ist. Russik, wir müssen jetzt wieder hier die Treppen runtergehen und dann müssen wir alles hier clear machen, okay? Aha. Okay, 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 wir gucken das an, Leute. Okay, Russak. Ich höre wieder Menschen. Okay, ich gucke gerade aus. Sehr gut. Okay, okay, hier scheint alles sauber erst mal zu sein. Okay, Russik. Tür ist zu. Und hier ist offen. Cafeteria. Oh mein Gott, bei mir! Hier war der. Oh mein Gott, muss Blutung stoppen? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein! Ein Zivils wurde hier erschossen, Russik. Warte, Russik, warte, 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 bro. Okay. Ich habe deine Füße weggeschossen. Nein, Mann, der arme Zivillian. Oh, nein! Bro! Der Typ hat zwei Unschuldige angegriffen. Oh, die müssen ins Krankenhaus, Bro. Ich hoffe, die schaffen es. Okay. Wir müssen alles hier sauber machen irgendwo. Warte mal. Lecture Hall. Das ist nicht. Ah, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Put your hands up! Digga, hier liegt auch wieder ein Zivilisten, Bro. In der Toilette. Erledigt oder ist er... Ja, erledigt. Ja, miese, Alter. Also, wir müssen hier wirklich alles sauber machen, Bro. Ich bin hinter dir. Bombe, Bombe, Bombe! Das ist mir Bombe! Bro, ich vertraue dir. Ich schürfe die Bombe. Oh, oh. Ich gebe dir Deckung. Ich gebe dir Deckung, Bro. Wie läuft's? Ich weiß nicht. Ich glaube, also... Warte ich? Ach, du heilige... Oh mein Gott! Wir haben gerade alles hier gerettet, Bro. Sehr gute Arbeit, Officer Rustic. Hast du das gehört? Achso, den haben wir schon festgenommen gehabt. Den hatten wir schon. Ähm... Hier unten müssen wir noch gucken, Bro. Ja... Oh mein Gott, hier sind noch irgendwo Bomben, Bro. Ich habe mich jetzt schon vor dem Zivilisten, verdammt. Ah! Rustic! Er hat noch einen kleinen Streifschuss bekommen. Alles gut, okay, Bro. Wir müssen Bomben suchen. Rustic, du kannst doch nicht jedes Mal irgendwelche Leute aus Versehen erwischen. Bro, ich habe... Ah! Ah! Ich bin schon in die Luft gegangen. Bro, du auch? Ja. Leute. Wir haben die Mission nicht geschafft. Was? Ach, du heilige... Alle Zivilisten hat es leider nicht geschafft. Leute, ich hoffe, wir werden auch für einen anderen Job jetzt erstmal geholt. Okay, Freunde. Wir haben einen neuen Auftrag angenommen. Und dieses Mal müssen wir in ein Lagerhaus stürmen, wo eine Game wohl ein Waffendeal macht. Das Ganze müssen wir Tisch irgendwie stoppen. Wünscht uns viel Glück. Lasst ein Like und ein Abo da. Und Rustic, wir starten jetzt doch ein. Bro, wir sind in die Luft gegangen. Warte. Rustic, komm, wir reden nochmal darüber, ja? Also, pass auf. Wir haben ein bisschen uns Zeit gelassen. Du warst auch ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. Ja, also ich habe mehr... Ich habe viel abgelenkt. Ich laufe ganz normal durch die Gegend. Plötzlich erschreckend. Oh, ich habe irgendeine Tür auch gemacht. Okay, 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 okay. Oh mein Gott, okay, okay. Ich habe die erste Bombe im Schraub. Ich habe die erste Bombe im Schraub. Okay, ist abgeschlossen, Bro. Wir müssen, wir müssen eine andere Seite rein. Okay, 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 okay. Also, Bro, hier, hier. Bist du bei mir? Nein, du bist nicht bei mir. Bro, hier ist offen das Gelände. Also, hier müssen wir hin. Okay, ich komme. Okay, Leute, wir halten hier alles erstmal ein bisschen sauber. Wo bist du? Ah, da bist du. Okay, Bro, ich halte hier erstmal sicher. Tja, also wir haben hier einen großen Garageneingang. Wir können rechts, wir können links rum. Okay, guck, du Garageneingang. Ich gucke hier außen erstmal. Okay, Garageneingang sieht relativ normal aus. Ich gucke hier links. Halt du bitte geradeaus. Okay, Bro, ich glaube, wir müssen hinten rein, ne? Hä? Hast du es gehört? Ja, hinten links. Okay, 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 wir gucken uns das erstmal an hier, Bro. Nee. Ich glaube, das kam von drinnen, ne? Okay. Ich glaube, das kam von drinnen, Bro. Okay. Wir gucken mal, ob wir irgendwas hink... Okay. Oh mein Gott! Ich hab deinen Fuß, hab deinen Fuß, hab deinen Fuß, hab deinen Fuß. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Entry Team to talk. We got one fatality. Suspect. Talk to entry team. Roger that. Hands on your head, do it now. Okay, hab ihn. Ey, ich hab seine Füße so schön löchert, ne? Okay, hier drinnen laufen die rum... Hast du was? Ja, ja, die laufen... Die rennen raus. Die rennen raus. Die rennen raus. Police, get down! Get on the ground! Hands on the ground, do it now! Die rennen raus. Okay. Police, get down! Okay, 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 okay. Get down on your knees! Get down now! Geht nicht auf. Ich kann noch einmal treten. Hands on the ground! Drop to your knees! Get down! Okay, 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 okay. Get down! Prostik, pass auf! Kommt zurück, kommt zurück! Viele, 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 viele. Denkanate! Hinten auf der Teufel gesichtet. Get down on your goddamn knees! Down on the ground! Get down! I want to see hands! Get down on your knees! Hands up! Okay, bro. Hast du die Tür hinten aufgemacht? Nee. Nein! Ja. Der hat die als Geisel genommen. Ich musste schnell schießen, er hat auf mich geschossen. Oh, 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 ich komme, ich komme, ich komme! Ich werfe Granate. Wir sind da den linken. Oh. Hands up now! Drop it on the ground now! Hands on your head! Oh. Hands up! Down on your knees! Down on the floor! Talk right! Stop right down! All right! Let me see those hands! Do it now! Medical assistant! Okay, 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 ich halte rechts, ich halte rechts, ich halte rechts! Hands on your head! Down on the ground! Okay, ich habe den hier fest, ich nehme den hier fest, ich nehme den hier fest, ich nehme den hier fest. Okay, Leute, jetzt ist wirklich, also hier ist brutale Action. Wir haben eine riesen Gang, die hier drin ist. Ach, du heilige. So. Okay, okay, rustig, wir müssen jetzt hier, pass auf, ich werde jetzt hier diesen Engel halten. Okay, rechts scheint sicher zu sein. Oh Gott, vor mir. Okay, vor mir ist einer, rustig. Ich sehe den, ich glaube nicht. Oh Gott, ich habe eine Galate, glaube ich, geschlossen, normale. Wir dürfen noch eine Galate. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist er denn irgendwo? Okay, sehr gut, rustig, sehr stark. Hinter dir, hinter dir, Bro! Hier, hinter mir. Ja, ne, von da geschossen, von rechts? Wow, ist alles so verwinkelt, ne? Ich willkungsstabung. Der war links, der war links, auf jeden Fall hier irgendwo. Okay, 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 okay. Von rechts schießt hier auch einer. Oh Gott, wow, gute Idee. Wir sind leider auch reguliert. Aber hier, von irgendwoher kommt einer, Alter. Leute, okay, wir sind hier echt umzingelt, leider. Wir müssen das hier im Teamwork schaffen. Hopp, 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 hopp. Ey, ich will den gar nicht, Mann. Die sollen sich ergeben! Okay, dead Suspect hier. Okay, sehr gut. Okay, rustig, rustig, wo bist du, wo bist du, Bro? Wo bist du? Okay, vielleicht ist er weggelaufen. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Okay, okay. Zivilien haben wir bekommen. Warte, ich höre jemanden schreiten. Ich höre jemanden schreiten, rustig. Kann sein, dass du da bei dem bist? Ja. Ich höre jemanden schreiten. Ich höre jemanden schreiten. Hab ihn. Oder? Hab ich ihn? Nein. Hä? Ich hab den voll erwischt. Ich hab ihn eigentlich voll erwischt, rustig. Vielleicht ist er hier rein. Ich kann mich treten. Ja, aber guck erst mal durch die Tür. Guck mit der Kamera erst mal durch. Kann man treten? Ja, ja. Dann müssen wir mittig unten gucken. Mittig unten. Hier so. Aber er hat mein Bein getroffen, der Ekelhafte. Genau. So, ich hab den, ich hab den, Bro. Okay. Alles okay bei dir? Ja. Hier ist er noch. Hier bei mir ist er noch. Ich hab einen Zivilisten. Ich muss dir kurz helfen. Okay, Rusek, Rusek, pass auf. Mach nix, äh, unüberlegtes. Okay, 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 Leute. Wir müssen jetzt hier ganz kurz zur Stür gucken. Okay, meine Toilette sieht eigentlich relativ safe aus. Okay, ich komm zu dir, Rusek. Ich weiß nicht, ich hab den verloren. Ja, Bro, manchmal laufen die und repositionieren sich. Ach, hier, Bro. Ah, okay. Dann haben wir den. Der ist ausgeblutet. Der ist ausgeblutet, Bro. Okay. Wir müssten, glaube ich, weiter in die Fabrik rein, Bro. Okay. Ja, Leute, wir müssen die Fabrik uns schnappen. Und dort jetzt alle festnehmen. Boah, Rusek, Digga. Wenn wir den Auftrag schaffen, wären wir befördert, Digga. Aber mein linkes Bein und mein linker Arm sind komplett verletzt, Alter. Ja, bei mir auch, bei mir auch. Schon dunkelrote Arme, in mir. Bei mir auch, Bein auch, leider. Hast du gehört? Links. Ah, das war der gefesselte, Bro. Okay, wir sind von da gekommen. Wir müssen hier runter. Warte, hier ist ein Suspekt noch. Den muss ich noch ganz kurz... Ich weiß nicht, warum wir verletzte Leute fesseln müssen, ne? Ja, hier sind wir wieder traurig. Warte mal, gute Idee. Stimmt, Digga. Vielleicht sind irgendwo Waffen in diesen Dings versteckt, ne? Ich weiß nicht. Aber hier kommen wir nicht durch. Okay, Bro, lass mal hier rausgehen. Boah, ich bin angeschossen, Bro. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, der war im LKW drin. Oh, verdammt hat das weh, Alter. Warte. Okay, hab geguckt. Oh, hörst du das? Ja, Lama-Lade. Waffen, Waffen. Waffen-Lieferung. Guck mal, wir haben die Waffen gefunden. Boah, wichtig. Der ekelhafte Countdown, dass er sich so verteidigt hat, ne? Okay, er hat sich gut angeschossen, Leute. Er hat sich gut angeschossen. Stark, stark. Sehr gut. Okay, wir müssen die Mission jetzt hier irgendwo... Die gehen auch nicht auf, ne? Die schießen direkt los. Also, wir haben hier Leute, wir haben es mit einer hochkriminellen Gang zu tun, die keine Angst vor Polizei hat. Wo wir hin müssen? Ich weiß auch nicht genau, wo wir hin müssen. Ich weiß nur, wir müssen hier... Okay, 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 okay. Lass uns mal zurück zu den Waffen gehen. Wir müssen doch eigentlich irgendwas mit reporten können. Hab ich schön so gedrückt. Vielleicht noch mehr LKWs durchsuchen. Ja. Okay, Leute, wir gucken mal ganz kurz. Also... Boah, meine Hauptwaffe ist leer, Bro. So. Okay, Leute. Also in den Waffen hier ist nichts mehr drin. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, wieder reingehen. Okay, wir müssen nochmal hier rein, Freunde. In die Mitte, meinst du? Ja. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich bin mittig. Also du bist links aus, nicht mehr mittig. Wie? Ja, in der Mitte. Vom Raum, vom Gebäude drin? Ja. Ja, okay, 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 okay. Okay. Aber hier kommt man irgendwann mal nicht mehr weiter durch. Das war's. Auch nicht auf der anderen Seite. Ach, da, 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 da. Kommt man da nicht nirgendwo durch? Nee. Bro, irgendwas müssen wir hier... Haben wir über... Pass mal auf, Kollege. Du kommst mal lieber mit hier, ja? So. Hör mir zu. Du redest. Oh Gott, ich bin voll geschmissen, Bro. Bist du die Treppen hochgegangen? Nee, ich bin da, wo wir voll rausgegangen sind. Ja, okay, okay, ich bin auch hier. Ja, vielleicht ist da nochmal irgendwas, ne? Wir hatten ja diesen Raum gehabt. Drop-off. At Backdock. Vielleicht, vielleicht müssen wir hier durch? Seien Sie ruhig, die Dame. Hier sind wir nicht durchgegangen, Bro, oder? Warte mal. Oh Gott, Bro. Musst du chillen. Warte. Du musst warten. Wenn du irgendwo durch willst, Digga, sag mir vorher Bescheid. Alles gut. Hier ist Licht. Oh. Bro, hier müssen doch irgendwo Waffen sein. Hier müssten irgendwo Waffen sein, Bro. Okay, wir gucken hier ein bisschen weiter. Okay, hier haben wir einen Suspect, den wir eben erledigt hatten. Nicht ins erste Gebäude wieder? Ja, da sind wir am Anfang nicht reingekommen. Glaublich. Vielleicht ist hier die große Waffenladung, ne? Vielleicht Rötte, ich gucke mal, den LKW haben. Laufen? Bist du. Okay. Okay. Okay, da hat unser Ding gestartet. Ich knack das Schloss hier. Oh, stark. Mhm. Okay, ich gucke hier sind welche. Ich gucke hier sind welche. Ich habe Stimmen gehört. Down on the ground, now! Okay, ich habe die Deckung. Ich gebe die Deckung, Bro. Okay, ich gucke weiter geradeaus. Ab ihn. Ab ihn. Verdammt, ich wollte auf seine Beine schießen. War verzogen. Oh, der ist noch am Atmen. Der ist noch am Atmen, Bro. Sehr gut. Warte mal. Hier, das ist die Kasse, ne? Es sind irgendwo hier Waffen, Bro. Hier müssten doch eigentlich irgendwo Waffen sein. Ein Mailbag. Hm. Okay. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir schon. Ich weiß nicht, der ist gefesselt. Oh, ja, ja, doch, doch. Hier waren wir, hier waren wir. Hier waren wir das große Fight. Okay, ich glaube, Russik. Wir haben hier alles sicher. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch einen hier. Warte, warte ich. Hey, waren wir hier schon? Links Schüsse. Links, ne? Ja, Schüsse. Okay, 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 warte mal. Irgendwer ist noch da. Oh, Gott. Oh, momen, momen. Wir haben den, ne? Aber oben ist noch einer, Bro. Oben ist noch einer. Ja, ja, der ist gerade in den Raum reingelaufen. Okay, okay, das letzte Raum. Ich glaube, wenn wir den Raum haben, sind wir fertig. Oh, verdammt, meine beiden Arme tun weh. Er hat die Tür aufgemacht. Nein. Russik! Meine Waffe ist langgegangen, Mann. Er ist hinten in dem Raum. Ich habe den erwischt. Alter. Nein. Leute, wir haben es nicht geschafft. Lasst Like und Abo da.